Hallo zusammen und Willkommen zurück bei Mafia 3 ja in der letzten Folge ja haben wir ja ein Haiti Lager irgendwie auseinander gepflückt haben auch zumindest mal ein bisschen vertraut gemacht mit der ganzen Einlage dass er ablaufen soll und nun nun glaube ich bekommen wir Kontakt zur Mafia ich schaue mich gerade noch mal eben ganz kurz ein wenig um so sieht es hier draußen aus einfach mal ein bisschen eben ganz kurz schauen wir das ja auch sind ja auf jeden fall im ja wie soll man jetzt sagen im ghetto viertel passt das ich glaube schon also ich glaube wir sind hier im schwarzen ghetto viertel und ja hallo werte dame hoch nur gut das wollte mal ebenso mehr anschauen hier so ein bisschen hier könnte man draußen parken gut viel gibt es hier nicht zu sehen das ist sammys gut dann steigen wir mal unser fahrzeug und fahren dann mal in richtung unseres zieles fahrmodus für realistisches fahrlebnis können spieler die simulationsfahrt wählen okay das können wir ja mal eben ganz kurz probieren und ihr werdet auch merken ich habe bei den einstellungen bei den sound einstellungen vor allem ein bisschen was geändert werdet ihr jetzt im laufe des spiels merken ich muss mal gucken warum wir denn hier fahrmodus da stelle ich mal auf simulation ich schaue mir das ganze mal an wie das ganze mit simulation aussieht ein moment mal der nächste bug den ich mir ein so finde okay da alter was geht denn hier ab bugs ohne ende gerade na ja die schmackssache licht und schatten effekten ist hier noch ein kleines bisschen na ja da müssen wir hin jetzt müssen wir mit zum retrus jacht club also ganz back frei ist das spiel noch nicht meine lieben entwickler von tue also da müsste vielleicht hat der ein oder andere patch nachgeliefert werden wer vielleicht nicht ganz so schlecht gut ich kann jetzt keinen großen unterschied zum halt ich muss hier rum ähm kein großer unterschied zum äh letzt na zu anderen fahren halt finden aber auch nur gut und ich bleib dabei hier fehlt mir irgendwie die anzeige wie schnell man fahren darf weil das kommt hier irgendwie ganz schlecht rüber so ich möchte jetzt mal eben kurz hier aussteigen hier gibt es unterhaltungen finde ich mal cool pass auf was ist dein problem keine ahnung also gut hier werden wir es nicht großartig angemacht hätte ich gesagt ein bisschen mehr polizeiauto gut also es ist ja noch im überschaubaren rahmen also wirklich an jeder ecke jetzt ist doof angemacht ich bin echt dankbar dafür wie es mir geht ich habe noch fast alle zähne ich sehe noch recht gut und da unten ist es noch nicht völlig tot wenn ein hübsches mädchen vorbei was ist denn das ach ne Telefonzelle haben wir hier können wir da telefonieren eigentlich ne kann man nicht zumindest grad nicht da parkt grad jemand ja man muss sagen die stadt ist wirklich schön belebt gefällt mir ganz gut auch wenn hier so rumstehende passanten dann doch relativ ich hab mich zwar angerempelt aber gut entschuldige dich nur bei mir ähm ja wollte ich nochmal so ein bisschen mir angucken so jetzt aber fahren wir mal zum ziele zum zielort mich würde es nach wie vor interessieren dass die geschwindigkeit hier aussieht ob das auch gestraft wird so wie kommen wir auf eine art highway der mich auch ein kleines bisschen an äh empire bay erinnert aus mafia 2 wie soll man geradeaus ok ja also ich weiß nicht ob das der ps4 geschuldet ist also die grafik effekte sind teilweise noch ein bisschen maumatt ähm ich könnte mir durchaus vorstellen dass das auf dem pc noch ein ganzes stückchen besser aussieht alles vor allem bei den spiegel effekten am fahrzeug fällt das extrem auf ähm zumindest meiner meinung nach aber ok genug genörgelt wie haltet es jetzt aber anspiel what the fuck ok ich weiß jetzt nicht was hier so simulation dass ich dran sein soll aber nun gut irgendwie stört es sich so besser als im markat modus keine ahnung woran das liegt sonst müsste man gleich da sein irgendwo hier vorne soll das sein so ich glaube hier sind wir richtig rede mit der wache welche wache ich habe dabei diese sache mit den lichteffekten das muss dringend blingend gefixt werden das ist nämlich teilweise nervig wie kommst du dazu einfach vorzufahren das personal geht zum hintereingang rein ich bin hier um mr macano zu sehen ach wirklich dass ich das noch erlebe benimm dich anständig solange du da drin bist kleiner oder du kriegst mächtig ärger kapiert halt die klappe so irgendwo da vorne hin soll ich schick hier packen wir das fahrzeug hier so linken clay scheiße mann sieh einer an ich wette die schlitzaugen haben sich eingeschissen als du ankamst hey georgie lang ist zäh wie geht's allerdings ist das lang her ich erinnere mich noch an unsere letzte nacht im french fort bevor du aufs chef bist mann war das ne schlägerei ich weiß nur noch wie wir vor den cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet ist geil mann ich hab ihn rausgekauft aber das war's wert um diese baguette-ärsche zu vermöbeln Floppe gerne oh man Sammy sagte dass Mr. Macano mich sehen möchte Mr. Macano scheiße klingt ja als wäre er ein verdammter Anwalt sag einfach Sir er ist hinten oh ganz edle Gesellschaft hier ja ich hätte mir was anderes anziehen sollen wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat dann soll er's dem Alten ruhig sagen das geht ihm am Arsch vorbei ha der Vorteil wenn man vor Geld stinkt ja Olivia ich hab noch einen Termin Remy war mir eine Freude wie immer Sir noch zwei Gläser ha 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 Lincoln schön dich zu sehen das ist Vito Scaletta der von dem ich hier erzählt habe der von dem ich hier erzählt habe Na los Lincoln setz dich ja du warst in Vietnam ja ja Sir Sel sagt du hast dir da ein bisschen Lametta verdient ich hatte sehr gute Männer ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen Army Marines zuerst Army dann Versetzung zur fünften SFG Special Forces ich sag doch dir etwas besonderes ich meine es wird nicht schief gehen aber falls doch verdammt dann will man so einen Mann an seiner Seite wenn du für ihn bürgst reicht mir das ha 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 gut ich hab noch einiges zu erledigen danke für den Drink Vito du bist alt geworden Gott was für ein Arschloch falscher Furchziger die Kommission hat ihm vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runter geschickt seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum dieser blöde Wichser du fragst dich sicher was du eigentlich er sollst Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert und zwar genau hier bei der Reserve Bank und sie wollen einen der Transporte überfallen nicht auch wir werden bei dieser Gelegenheit in ihren Tresorraum einsteigen und alles ausräumen was nicht nid und nagelfest ist sollten sechs sieben Millionen drin sein leicht das ist aber ganz schön mutig nein das ist die Chance unseres Lebens das ist es Vito spendet ne Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe warst du schon bei Danny? nein noch nicht dann mach mal wir brauchen ihn und seinen alten bei der Sache und sie werden dich brauchen also triff dich mit ihnen sind immer noch am alten Platz doch was das wir besprechen sollten sicher weißt du von den Problemen die Sammy in letzter Zeit hatte ich hab mich um die Haitianer gekümmert wenn sich die Sache beruhigt kommt auch wieder Geld rein siehst du so liebig dass das hab ich gemeint du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch du hast dein Problem erkannt bis draußen hast es gelöst und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld wir zahlen unsere Schulden so wie immer keine Frage also das weiß ich ich hab nichts anderes erwartet aber weißt du Junge auch wenn wir quitt sind sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt du hast keine große Zukunft aber da gibt es vielleicht einen Weg raus verstehst du in unser aller Sinn was meinen sie damit? hör zu nicht dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas Sammy ist ein Spitzenmann aber er wird nicht jünger und ich denke es ist Zeit was zu verändern also ich glaube nicht dass Alice so weit ist ich weine nicht von Alice ich spreche von dir ich will dich als Chef im Hollow haha das kann ich nicht tun also sieh mal wenn du wegen Sammy besorgt bist nein vergiss es gleich wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job du weißt schon da bleibt mehr als genug für die Rente hängen er hat mich aufgenommen als ich nirgendwo anders hin konnte er hat mich wie einen Sohn behandelt sorry Mr. Makano das kann ich ihm nicht antun scheiße mein Sohn ich müsste lügen wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde aber ich sehe schon du bist loyal findet man selten in diesen Tagen wollen sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache ha ha natürlich was denn sonst und wenn alles vorbei ist werden wir mehr als quitt sein Junge darauf ein Wort was wollen sie wirklich hören dass wir jeden entführt und gefoltert haben den wir im Verdacht hatten für die Vietcong zu arbeiten ich möchte herausfinden welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat so jemand braucht keine Ausbildung man setzt ihn auf ein Ziel an und macht dass man auf dem Weg kommt ja so langsam wird da ein Schuh draus aus dem Ganzen hier was hier so passiert ok und jetzt immer wieder in der Bank ich auch nicht die aber auch nicht bleib ruhig wir schaffen das scheiße verfolge Gegner die du entdeckt hast mit Informationsansicht zeige auch sie zeigt auch Ziele Waffenschränke und Medizinschränke in der Nähe an ok jetzt müssen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen rumballern also zurück in der Bank so irgendwo hier vorne war noch einer den haben wir auch trifft dich wieder mit Georgi das ist nicht sonderlich schwierig ja das ist ja schön da komm da soweit jetzt verdammt Alice wo bleibt ihr denn der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen bei dir und Lincoln alles ok ja alles bestens wo ist Danny er schiebt alles weg damit wir Platz haben das Geld zu fangen ok wenn wir hier oben fertig sind werfen wir das Geld runter oh nein wir haben das Licht ausgemacht kümmert ihr euch um die Kohle ich mach das hier klar es wird immer besser hier ist der Nickmane versuchen wir es nach drüben ja ich bin hier kommt her wir machen es jetzt hier auf die harte Tour kommt nur ran da na wer will noch mal ja du willst auch noch hast du eine Kugel gefangen war ja auch so rumzuleuchten er hat sich auch eine Kugel gefangen und der auch noch so haben wir alle oder lebt noch einer Scheiße so viel Spaß hatten wir schon ewig nicht mehr wir versuchen uns rauszutreiben konzentriere dich auf was du tust ok was jetzt Deckung wechseln auf Deckung in der Nähe erst was drücke dann X Deckung umkreisen an der Kante der Deckung L in Richtung einer Ecke drücken halte dann X gedrückt WTF wo denn da ist einer da ist einer hau ab weg mit dir ja genau leck mich am Sack du Penner ja fress die Kugeln so geht das hast du ja gesehen einfach rein halten so waren halt alle ok so wechselt man die Deckung ok nichts ganz funktioniert ok ab in den Tresorraum oh fuck die Wachleute ballern uns übern Haufen sobald wir losrennen sag Danny er muss uns hier rausholen diese Arschficker haben uns eingekesselt du musst dir was einfallen lassen ich hab TNT ich bringe es auf unserer Seite an und lass es krachen und was genau soll das bringen wenn wir Glück haben wird das Loch groß genug dass ihr durchpasst wieso Glück hast du überhaupt ne Ahnung was du da tust das ist Dynamit wie kompliziert soll das schon sein oh nein weg von dem Loch oh nein ich hab's geahnt ähm Alice ich mein da ist jetzt einiges zusammengebrochen ich weiß nicht ob das so geil war oh fuck ähm da lebt ihr noch? alle? oh man ich versuch's ja Dannys Bein ist eingeklebt helft mir mal ja ich bin ja da ich weiß genau warum Selma Karnois auf Thomas Burke abgesehen hatte aber er nahm ihm Point Verdin weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman der Schlachter Barbieri der prompt eines von Burks Beinen zerfetzte Danny Burke machte bei dem Überfall mit ich meine er war Schrauber er hatte noch nie sowas zuvor gemacht aber Thomas Burke bestand darauf er hoffte bei einem Erfolg der Aktion würde Selim vergeben und er bekäme Point Verdin zurück nach dem Loch mehr zu stopfen, ne? hehehehe hey angeblich gibt's nichts geileres als ne vietnamesische Pussy siehst du das auch so? vielleicht Casanova Clay shit man, ist verdammt gut dich zu sehen ja, dich auch hey, wie geht's Nicky? die wollte auch kommen aber naja, du kennst dich oh Gott, verdammt Mann, so ein Scheißteil ja, allerdings komm, wir trinken Bier warten wir bis der Alte sich beruhigt hat dann kann's losgehen ok hey, was geht ich hab schon alles vorbereitet und organisiert die Mädels werden da sein und so weiter aber wir nehmen lieber mein Auto mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, oder? hey! was ist, du nennst meine Superschlittenes Scheißkarre? pass auf Junge ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten das kannst du vergessen seine Karre ist der Hammer ich hab nen neuen Big Block drinnen versenkt bevor er nach Vietnam ist das ist nicht das einzige was du versenkt hast vielleicht solltest du ihm erzählen wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast um mit den Girls auszureihen hey man, halt dich doch los raus, oder? Junge, du hast noch mal im Auto gefickt ach, kein Wunser besorgen ist er war immer gut eingepackt bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben ich brauch nicht noch einen weißt du, was du machen wirst? sauber und zwar jeden Scheißzentimeter nicht nur die Rückbank ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend und du Aushilfe Klauen du hilfst ihm dabei, klar? vergiss es, ich hab doch keiner abgekriegt das wundert dir keinen ach du lieber Himmel ehe ihr ja mal ab irgendwas gebacken kriegt gewinne ich einen verdammten Zehnkampf schon gute, ist alles klar yeah jaja eh Langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei. Paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was an die Backen. Ich wutz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Was? Danny ist tot, der war doch noch am Leben. Alle drin, wir müssen los. Alle da, hau rein. Ja, würde ich ja gerne. Ey, und dann abgeht die Post. Alles klar, Flucht. Scheiße, noch mehr Wachen, los, weg. Mit dem Boot. Diese Schweine, die kommt, schneiden uns den Fluchtweg ab. Wir fänden anderen Weg hier raus. Der Tonal muss hier irgendwo hinführen. Fuck. Okay, das ist relativ schwierig zu fahren. Ich hoffe, hier gilt nicht aus, Emulation. Alles klar, es gibt auch irgendwelche Tunnel, also das ist schon mal ganz geil. Ja, ich will nicht nach hinten schauen, gerade, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Die Scheiß-Bullen. Wow, noch ein paar Bullen. Klar, weg mit euch. Ja, mit... Mit Schimpfwörtern wird hier echt nicht gespart. Also, falls ihr noch welche braucht für euren nächsten Gegner, hier habt ihr ein paar. Ja, 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 ist ja gut. Ich hab nichts zu spritzen. Ah, Alter. Ihr Inzest-Ficker, der Scheiß-Kahn brennt. Scheiße. Das Brot wurde zerstört, okay. Ähm, das muss ich noch in der Fakette kriegen. Und vielleicht stelle ich hier an der Stelle doch wieder auf Simulation um. Ähm. Das ergibt keinen Sinn. So kann es nicht gewesen sein. Das finde ich gut. Das ist cool. Ähm, da gibt's, dass da so einen Hinweis gegeben wird, beziehungsweise so ein Dings gegeben wird. Finde ich geil. Hat was. Ähm, die Ladezeiten sind dann doch ein klein bisschen länger. Das ist ein bisschen nervig. Wir müssen los. Alle da, hau rein! Okay, ich probiere jetzt mal, ähm, ich gucke mal wie die Steuerung mit... Ähm, ich muss da echt erstmal mit klarkommen, ob da, wenn man das jetzt auf der Kart stellt, ob das vielleicht ein bisschen angenehmer zu steuern ist. Und da bleibe ich auch bei RKV. Wie gesagt, die Fahrzeuge steuern sich fast gleich. Ja, die Kops schneiden uns den Flugweg ab. Wir fährt einen anderen Weg hier raus. Ja, das ist definitiv anders. Reagiert viel schneller. Und da bleibe ich auch, weil... Wenn das bei den anderen Fahrzeugen genauso ist, dann... Naja, ist relativ schwierig dann, damit klar zu kommen. Die Scheiß-Bullen! Sie eröffnen das Feuer! Kops, kops! Nein! Fuck! Pass auf, was du tust! Ah, fahr, du Idiot! Schickt euch ins Knie, ihr verdammten schweizlützenden Rattenfäcker! Oh, Gas geben! Ich hoffe, das Boot hält! Kommt her, ihr Inzestfäcker! Weiter, nicht langsamer werden! Auf keinen Fall langsamer werden! Kommt, die Gast! Yeah! Oh, fuck! Ach, komm! Nicht gut! Wir leben zwar noch, aber ich habe das Boot hält noch. Ey, das ist echt nicht einfach! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Wow! Woohoohoohoo! Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie mit erlebt! Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute! Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln! Mal sehen! Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sind! Gehen wir! Verdammt, war das ein Spaß! Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch passen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann! Und willkommen draus! Gib mir die Hand zum, Sean! Hier, komm her! Hab dich! Hab dich! Gut! Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und ruf uns den Wagen! Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon! Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl! Lass mich mal! Hey! Hey! Was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir erst besoffen! So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier! Ha! Verdammte Scheiße! Wow! Und damit sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen! Das war doch mal ein Banküberfall! Da haben wir einige neue Informationen erhalten in dieser Folge! Und in der nächsten Folge schauen wir doch mal, wohin die Reise für uns weitergeht! Bis dahin, haut's rein und macht's gut! Euer Bussard hier bei Mafia 3! Bis zum nächsten Mal!